Ein reicher Großgrundbesitzer war in die Jahre gekommen. Da er keine eigenen Kinder hatte, wollte er sich bei seinen treuesten Arbeitern bereits zu Lebzeiten für deren Dienste erkenntlich zeigen. So hatte er auch einen zuverlässigen Verwalter, ohne den er es nicht so weit gebracht hätte. Diesen gedachte er, Land zu schenken, so viel er sich nur wünsche. Die einzige Bedingung war, dass sein künftiges Land in der Zeitspanne zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang zu Fuß zu umschreiten sei. Nur wenn er vor Sonnenuntergang wieder an seinem Ausgangspunkt angelangt sei, würde ihm all jenes Land gehören. Der Mann war zunächst überglücklich, da er sich bewusst war, dass er keinen halben Tag brauchen würde, um das Land zu umschreiten, mit dem er bis zu seinem Lebensende ausgesorgt hätte. So ging er frohen Mutes los, ohne Hast und Eile. Doch plötzlich kam ihm ein Gedanke, dass er solch eine Gelegenheit nie wieder bekäme. Er dachte an den Reichtum, den er mit einem größeren Grund erlangen könnte, und seine Schritte wurden schneller. Er malte sich aus, wozu er den neu erworbenen Reichtum verwenden könnte, und er begann zu laufen. Der Großgrundbesitzer ritt währenddessen in einem gewissen Abstand hinter ihm her. Der Verwalter prüfte stets den Stand der Sonne, um nur ja nicht den Zeitpunkt seiner Rückkehr zu versäumen. So zog er seinen Kreis und befand sich schon auf dem Weg zu seinem Ausgangspunkt. Da kam er an einem See vorbei, in dem er immer so gerne gebadet hatte. Er begann zu rennen, um sich auch diesen noch einzuverleiben. Sein Atem wurde zum Keuchen, und sein Hemd war längst bis auf die Haut durchgeschwitzt. Kurz vor dem Ziel sah er noch das kleine Birkenwäldchen. Er warf einen Blick zur Sonne und beschloss, dass er sich nur noch ein einziges Mal abmühen müsste, dann könnte er sein Leben in Saus und Braus genießen. So rannte er weiter, wie um sein Leben, um auch den Wald sein Eigen nennen zu können. Gerade noch rechtzeitig erreichte er den Ausgangspunkt. Überglücklich schaute er auf seine neu erworbenen Länder rein. Doch sein Herz war dieser enormen Belastung nicht gewachsen. Er brach vor Erschöpfung zusammen und starb. Und so blieb ihm nur noch ein winziges Stückchen Erde auf dem Friedhof. Mehr brauchte er nun nicht mehr. Hey, ich bin's, Susi, und du hörst wieder meinen Podcast Burnout an der Leichtigkeit des Seins. Heute mit einem Thema, was du bisher vermutlich so gar nicht mit Burnout in Verbindung gebracht hast. Deine Wohnung Und dabei beeinflussen sich unsere Psyche und unsere Wohnungen gegenseitig und das gar nicht so wenig. Deshalb habe ich dir heute eine Folge mitgebracht, in der du von mir erfährst, ob man wirklich von der Wohnung auf ihren Bewohner schließen kann, welche Bedeutung deine Wohnung für deinen Burnout hat und wie du sie so gestalten kannst, dass dein Geist sich hier optimal erholen und ausruhen kann. Ich selbst bin während meiner Reisezeit auch zu so einigen Erkenntnissen gekommen, was Wohnen und Einrichtungen angeht. Auch davon werde ich dir noch ein bisschen erzählen. Und am Ende habe ich noch sechs Fragen für dich, die dir helfen, das nächste Mal, wenn du wieder am Ausmisten und Aussortieren bist, zu unterscheiden, welche Dinge du besser behalten und welche du vielleicht loswerden solltest. Ich schlage vor, du hörst dir diese Folge an, während du zu Hause auf deinem Sofa liegst oder in deiner Küche sitzt oder wo auch immer und den Blick ein bisschen durch deine Räume schreifen lassen kannst. Denn hier kommt Schöner Wohnen mit Susi. Unsere Wohnung ist ja unser Rückzugsort. Unsere Sicherheitszone sozusagen. Eine der wenigen Orte, an dem wir allein entscheiden, wer rein darf oder wer draußen bleiben muss. Du hast entschieden, welche Farbe an die Wände kommt und womit sie sonst noch so geschmückt wird. Schau dich mal um. Das meiste, was du jetzt wahrscheinlich siehst, erinnert dich an dich. An die Dinge und Menschen und Orte, die du liebst. An die Dinge, die du genießt. An die Künstler, Schriftsteller, Schauspieler, eben die Helden, die du bewunderst. An das, was du nie vergessen willst. Das, was du am liebsten trägst. Dein Lieblingsstyle, deine Lebenseinstellung. Deine Wohnung spiegelt dich wieder mit all deinen Erfahrungen, Wünschen, Sehnsüchten, Hoffnungen und Zielen. Warum ist denn das eigentlich so? In deiner Wohnung bist du der Entscheider. Jedoch nicht nur über die Farbe an den Wänden. Nach einem langen Arbeitstag möchtest du, so wie wir alle, vor allem eins. Heimkehren zu dir selbst. Denn nur in uns selbst finden wir die Seelenruhe, die wir brauchen, um abzuschalten, Kraft zu tanken, in uns reinzuhören, zum Beispiel, wenn wichtige Entscheidungen entstehen oder so. Ist es nicht naheliegend, dass wir also unbewusst dazu tendieren, unsere Wohnung so einzurichten, wie es in uns selber gerade aussieht? Einfach damit wir uns spiegeln können, aber auch, um uns aufgehoben, sicher und verstanden zu fühlen, wenn die Welt da draußen mal wieder an uns und unseren Bedürfnissen vorbeirauscht? Schon, oder? Und wenn ich dir jetzt sage, dass es einen ganzen Wissenschaftszweig gibt, der sich Wohnpsychologie nennt, bist du wahrscheinlich wenig überrascht. Unsere Wohnung drückt aus, wer wir sind, was wir machen, was uns bewegt. Denn alles, was sich an Besitztümern darin befindet, haben wir frei und selbst gewählt. Und da wir sie als unser nach außen gekehrtes Inneres wahrnehmen, beeinflusst unsere Wohnung natürlich auch nachhaltig unser Befinden, unsere innere Stabilität und unser Wohlgefühl. Und Psychologen, die sich mit Wohnpsychologie beschäftigen, machen sich das zunutze. Zum Beispiel in Kuppelsendungen, in denen die Kandidaten immer zuerst die Wohnung und dann den Single kennenlernen, aber eben auch in ernsteren und realitätsnahen Bereichen, wie zum Beispiel in der Stadtplanung oder in der Architektur eines Hauses. Es gibt sogar einen Psychologen namens Samuel Gosling, aus Texas kommt er, glaube ich. Der hat eine Studie dazu veröffentlicht. Der hat Probanden in die Zimmer von seinen Studenten geschickt mit einem Fragebogen. Anhand des Raumes, in dem sie standen, sollten die Teilnehmer einschätzen, welche Persönlichkeitseigenschaften der Bewohner des Zimmers, in dem sie da standen, hatte. Also war das eine gesellige oder eher eine eigenbrötlerische Person, ein vertrauensseliger Mensch oder eher jemand, der schnell misstraut und so weiter. Gosling hatte den Bewohnern dieser Zimmer vorher ja auch so Fragebögen ausgeteilt, in denen sie sich selber einschätzen sollten und man hat dann halt später diese Fragebögen mit den Fragebögen, die die Probanden ausgefüllt haben, verglichen. Verblüffenderweise lagen diese Teilnehmer mit ihrer Einschätzung überwiegend richtig. Ja, genau. Jedenfalls spiegelt unsere Wohnung nicht nur viel von unserer Persönlichkeit, sondern auch von dem Gemütszustand, in dem wir uns aktuell in unserer Lebenssituation befinden, wieder. Ist dir zum Beispiel schon mal aufgefallen, dass es viel, viel schwieriger ist, deine Wohnung sauber und ordentlich zu halten, wenn du im Stress bist? Das hat nicht immer nur was mit dem Zeitfaktor zu tun. Wir drücken uns nicht nur bewusst, sondern vor allem im Alltag und in den Kleinigkeiten auch unbewusst in unserem Zuhause aus. Und so bedeutet eben auch eine Unordnung im Außen, dass es sehr wahrscheinlich auch innerlich Unordnung gibt und umgekehrt. Was wiederum auch bedeutet, dass wenn du im Aufräumen außen, also zum Beispiel wenn du deine Wohnung aufräumst, auch die innere Ordnung unterstützt. Dein Unterbewusstsein kann sich entspannen, weil es das Gefühl hat, dass Dinge geordnet werden. Es hat also das Gefühl, dass nicht alles im Chaos versinkt und dass es tief in unserem Inneren oder eben in unserer Wohnung noch Orientierungspunkte gibt, an denen es sich entlanghangeln können wird. Eine aufgeräumte Wohnung ist also in stressigen Zeiten nicht nur schwieriger zu bewerkstelligen, sie ist eigentlich auch notwendiger als zu jedem anderen Zeitpunkt in unserem Leben. Wie wohl sich dein Unterbewusstsein in deiner Wohnung fühlt, ist übrigens nicht nur abhängig von der Ordnung und der Struktur, die in deinen vier Wänden und den Besitztümern, die sich darin befinden, herrscht, sondern auch von der Gesamtanzahl der Dinge, die du besitzt. Ich habe diese Erfahrung selbst gemacht und war damals ziemlich verblüfft. Ich habe dir in mehreren Folgen schon erzählt, dass ich viel gereist bin und dass ich schon auch bewusst damals nach Orten gesucht habe, wo ich ziemlich weit ab vom Schuss gewesen bin und relativ weit weg von der Zivilisation. Das hat ganz gut funktioniert und hat aber eben auch dazu geführt, dass ich ziemlich einfach gelebt habe und dass ich eben nicht alles mitnehmen konnte, was ich vorher in meiner Wohnung hatte, sondern nur so einen kleinen Rucksack, der auch nicht zu schwer werden durfte, gerade in Indien oder meinetwegen auch in Frankreich, in der Schweiz, wo ich dann in den Bergen gelebt habe und in den Wäldern. Ich habe einfach Dinge mitnehmen müssen, die halt eine Funktion hatten, zum Beispiel genug Moskitospray und Moskitonetz und verschiedene Sachen, die man einfach braucht, wenn man sich verletzt. Einen MP3-Player hatte ich noch dabei, den will ich nicht ganz vereinsame. und stellenweise auch meine Katze, wobei ich die natürlich nicht im Rucksack transportiert habe. Anyway, ich hatte also nicht so viele Kapazitäten und eigentlich auch eher mehr die Absicht, das mitzuschleppen, was halt jetzt unbedingt nötig war. Ein Stück Seife und eine Zahnbürste zum Beispiel noch obendrauf. Naja, und dann war der Rucksack eigentlich schon fast voll. Ich hatte noch so ein, zwei Glücksbringer dabei von Freunden und von Familie, von zu Hause, um eben irgendwas zu haben, was mich daran erinnert, dass es eben Menschen gibt, die mich sehr lieben. Und ich habe das in der Folge, als es um den richtigen Therapieansatz ging, glaube ich, habe ich das schon mal erwähnt, dass ich also sehr gestaunt habe, weil ich natürlich auch die ganzen Kosmetikprodukte nicht mitnehmen konnte. Und ich festgestellt habe, dass weniger insofern auch manchmal mehr ist, als dass es eben gar nicht so gesund ist, sich immer einzuschmieren und einzusprühen mit allen erdenklichen Chemikalien. Darauf bin ich auch nochmal genauer eingegangen in Staffel 3, Folge 7, wenn die Chemie nicht stimmt. Aber mir ist noch was aufgefallen. Ich bin ja dann mehr oder weniger häufig umgezogen. In Indien vielleicht so alle zwei, drei Wochen. In der Schweiz und in Frankreich nicht so oft. Da habe ich dann oft auch mal so ein bis drei Monate an einem Ort gelebt. Und ich habe dann meistens, wenn ich irgendwo neu angekommen bin, als erstes natürlich meinen Rucksack ausgepackt, damit ich einen besseren Überblick habe über die wenigen Besitztümer, die ich eben dabei hatte. Direkt neben meinem Bett, neben dem Kopfende, habe ich dann meistens die Dinge drapiert, die ich als Luxus hatte. Also zum Beispiel meine Zigaretten. Ich habe damals noch geraucht. Die Glücksbringer, die ich mitgenommen hatte von zu Hause. Ein Buch. Und ein Schälchen von diesen Ölkerzen, die die Inder nachts immer auf die Flüsse setzen und da ihr Abendgebet machen. Dieses Ritual, was den Tag abschließt und was ich super schön fand. Ich hatte dann an so einem Fluss so ein Schälchen gefunden und habe das dann für den Rest meiner Reisezeit durch alle Herren Länder mitgeschleppt. und das dann meistens auch als Aschebecher für mein Laster, das Rauchen, benutzt. Jedes Mal, wenn ich also irgendwo neu angekommen bin und diese Sachen ausgepackt hatte und dann auf meinem Bett saß und mich zufrieden in meiner neuen, kleinen, bescheidenen Unterkunft umgeguckt habe, habe ich mich zu Hause gefühlt. Und das war ziemlich auffällig. Diese Räume, in denen meistens auch nichts stand, außer halt ein Bett und vielleicht noch ein Nachttischchen, wenn es irgendwie doch ein bisschen komfortabler oder luxuriöser sein sollte. Diese Räume waren so leer und so kahl und neutral, wenn ich da reinkam. Aber sobald eben diese drei Kleinigkeiten da gestanden haben, waren sie mein Zimmer. und mein Zuhause. Das war ein Gefühl, was sich eben dann erst eingestellt hat. Und das nächste Gefühl, was sich eingestellt hat, auch relativ schnell nach den ersten paar Wochen auf Reisen, war, dass ich so unbekümmert sein konnte. Erst habe ich gedacht, das liegt daran, dass ich eben unterwegs bin und dass das Wetter schön ist und dass die Menschen nett sind und so weiter und so fort. Ich bin ja aber insgesamt zwei bis drei Jahre gereist und habe dann irgendwann gemerkt, dass der Grund dafür ist, dass ich keine Verantwortung hatte. Also natürlich keine berufliche Verantwortung. klar ist auch ein Riesenanteil in unserem Alltag, aber vor allem hatte ich auch keine Verantwortung für Besitztümer. Das fand ich doch bemerkenswert. Das hat mir eine enorme Ruhe gegeben, zu wissen, dass alles, was ich besitze, sich in diesem Raum befindet und vor allem in diesen Rucksack passt und jederzeit zusammenpacken und mitnehmen lässt. Wenn du an deinen letzten Umzug denkst, je nachdem, wie du lebst, wie viel du besitzt, wie groß deine Wohnung ist und ob du dazu tendierst, Dinge zu sammeln oder jemand bist, der auch schneller mal was wegschmeißen kann, dann wirst du vielleicht auch ungefähr nachvollziehen können, was ich meine. Was es bedeutet, verantwortlich zu sein für Besitz und was es bedeutet, wenn ich sage, dass Besitz uns definitiv an Orte bindet, was nicht schlecht ist, aber wenn es ganz, ganz, ganz viel ist, eben auch dazu führen kann, dass wir ein bisschen unbeweglicher sind, als wenn wir diese Dinge nicht hätten und dass diese Unbeweglichkeit eben größer oder kleiner ist, je nachdem, wie groß die Menge an Dingen ist, die wir transportieren möchten oder müssen, wenn wir unseren Wohnort wechseln wollten. Wenn du dich jetzt fragst, warum ich dir das eigentlich erzähle, weil du willst ja jetzt gar nicht umziehen oder so und ob ich jetzt denke, dass du in Zukunft einfach nur noch mit einem Rucksack wohnen solltest oder durch die Gegend ziehen solltest, das ist natürlich nicht meine Absicht und das ist auch nicht das, was ich dir vermitteln will. Ich möchte nur, dass du weißt, dass psychologisch betrachtet dein Unterbewusstsein auch mitbekommt, und dass du, wenn du also sehr, sehr viel besitzt und dementsprechend eher unbeweglich bist, dass dein Unterbewusstsein das mitbekommt. Dein Unterbewusstsein will ja vor allem eins, es will dich immer in Sicherheit wissen. Früher, vor vielen tausend Jahren, sind wir als Nomaden durch die Gegend gezogen. Wenn es uns irgendwo nicht gefallen hat oder wenn die Ressourcen irgendwie knapp wurden oder das Klima sich geändert hat oder so, dann haben wir halt einfach den Ort gewechselt. Das war in Ordnung, weil alles, was wichtig war, konnten wir mitnehmen. Unsere Kinder, unsere Eltern, unsere Esel und die Stöcke, die wir geschnitzt haben, um Tiere zu erlegen, zum Beispiel. Und für dein Unterbewusstsein ist es einfach extrem beruhigend zu wissen, ich kann jederzeit gehen, wenn ich keinen Bock mehr habe. Dass das in unserem Alltag jetzt nicht das Ziel sein kann, ist völlig klar. Dennoch ist es so, dass unser Unterbewusstsein immer noch wie vor tausenden von Jahren tickt und sehr viel beruhigter ist, wenn es weiß, dass wenn es irgendwann mal einen Grund gäbe, die Zelte hier abbrechen zu müssen, dass es eben auch möglich wäre, das dann zu tun. So wie ich gesagt habe, dass dein Besitz in etwa äquivalent ist zu deiner Beweglichkeit, so ist eben auch dieses Sicherheitsgefühl des Unterbewusstseins damit eng verstrickt und eben äquivalent zu deinem Besitz und deiner Beweglichkeit. Die meisten Menschen streben nach Besitz, weil Besitz ja auch häufig mit Status und Komfort und Luxus einhergeht. Also zum Beispiel, wenn wir einen super krassen neuen Fernseher kaufen, wo die Bildqualität ganz anders ist und das Erlebnis, einen Film zu gucken, auch ein ganz anderes ist und viel hochwertiger ausfällt, trotzdem erfüllt so ein Fernseher häufig eben auch die Funktion, dass jeder, der in unsere Wohnung kommt, diesen Fernseher sieht und auch sieht, dass es uns finanziell sehr gut geht, weil wir uns diesen großen Fernseher leisten können und dass wir vielleicht auch einen guten Geschmack haben, weil dieser Fernseher eben auch besonders stylisch aussieht zum Beispiel. Und nochmal, es ist nichts Falsches daran, aber die Kehrseite, das Besitz verpflichtet, wird eben häufig vergessen. Jeder Autobesitzer oder auch jeder Eigenheimbesitzer in Deutschland wird dieser Aussage beipflichten können. Dazu kommt, dass je mehr wir besitzen, umso mehr haben wir auch zu verlieren. Gerade wenn es finanziell mal nicht so gut läuft, ist das ein Gedanke, der unser Stresslevel sofort steigen lässt. Denn was wir einmal haben, das geben wir nur ungern wieder her. Es gibt inzwischen echt viele aufschlussreiche Studien darüber, dass wir das, was wir schon unser eigen nennen, immer ein bisschen höher und wertvoller bewerten als Dinge, die uns noch nicht gehören. Und dass wir sie deswegen auch nur sehr ungern wiederhergeben, manchmal nicht mal dann, wenn wir im Tausch dafür etwas angeboten bekommen, was theoretisch einen etwas höheren Wert hat als das, was wir dafür hergeben sollen. Jetzt bin ich schon wieder abgeschwiffen. Was ich eigentlich an dieser Stelle abschließend erzählen wollte, war, dass ich seit meiner Reisezeit extrem aussortiert habe zu Hause. Ich habe für mich festgestellt, dass ich an einen Ort heimkommen will, der offen und weit und hell wirkt. An dem es jetzt nicht so viel gibt, womit mein Unterbewusstsein sich zusätzlich beschäftigen soll. Ein Ort, an dem es mir leicht fällt, Ordnung auch in stressigen Zeiten zu halten. Ein Zuhause, in dem mein Geist einfach nur sein und atmen kann. Ich selber sortiere hin und wieder auch aus, aber was ich viel wichtiger finde, ist darauf zu achten, dass ich halt gar nicht erst so viel Zeugs ansammle, weil mich von Dingen zu trennen ja wieder ein bisschen Stress bedeutet, weil ich ja Mensch bin und von Natur aus das, was ich besitze, nicht so gerne wieder loslassen möchte. Ich frage mich also immer, bevor ich irgendwas kaufe, ob ich das wirklich brauche. Ich weiß jetzt nicht, wie es den Männern geht, die hier zuhören. Ich denke, die Frauen können das ganz gut nachvollziehen, so gerade diese Dekoläden zum Beispiel sind so die absolute Todesfalle für mich. Ich gehe da rein und dann stehen da so tausend Buddhas, die alle total schön aussehen und ganz anders als all die Buddhas, die ich schon in meiner Wohnung stehen habe oder Bilder oder Bilderrahmen oder irgendwelche Kästchen. Ich habe einfach eine riesige Schwäche dafür und wenn ich mich nicht ab und zu dann da ein bisschen selber runterhole und mich frage, ob ich das jetzt wirklich brauche und ob das eine Funktion hat oder ob ich diesen Gegenstand jetzt nur einfach irgendwo hinstelle, damit er da steht, geht, wenn ich das nicht mache, naja, dann würde meine Wohnung ziemlich schnell wieder so aussehen wie vor meinen Reisen und es ist das, was es für mich auf jeden Fall zu verhindern gilt. Ich habe zum Beispiel auch meine Familie und meine Freunde gebeten, von Geschenken abzusehen. Denn nichts ist schwerer auszusortieren für mich persönlich als Dinge, die ich zwar eigentlich nie benutze, die ich aber geschenkt bekommen habe und die dann nicht nur hübsch sind, weil sie einfach hübsch sind und irgendwo rumstehen, sondern die dann auch noch diese persönliche Note haben und irgendwie so ein bisschen gefühlt die Energie der Person, die es mir geschenkt hat und so und dann denke ich darüber nach, was passiert, wenn die Person zu mir kommt und sie findet diesen Gegenstand nicht in meiner Wohnung und wie enttäuscht sie dann ist und ich sage, dass ich es weggeschmissen habe und so weiter und so fort. So wie diese gefährlichen Dekorationsgegenstände den Weg nicht mehr so leicht in mein Zuhause finden, so finden auch Prestige-Objekte nicht mehr den Weg in meine vier Wände. Erstens weiß ich ja selbst, wer ich bin und zweitens verstopfen Gegenstände, die ich nicht benutzen kann, wie meinen Staubsauger oder meine Waschmaschine oder meine Bücher, meine luftigen, freien Räume. Das ist nämlich das, was ich gemacht habe, als ich zurückgekommen bin von meinen Reisen und mir wieder eine Wohnung genommen habe, habe ich da von Anfang an ganz bewusst darauf geachtet, dass ich wirklich nur so viele Möbel da rein stelle, wie ich unbedingt brauche, um eben meine Kleidung unterzubringen und meine Bücher und so und dass aber so viel Platz bleibt wie möglich, weil mir klar war, dass mir nach dieser langen Zeit in der Natur das einfach wahnsinnig fehlen wird. Das heißt, ich habe da auch bewusst darauf geachtet, das ganz einfach zu halten, damit dieses natürliche Gefühl, was sich ergibt mit den Holzmöbeln und den vielen, vielen Pflanzen, die ich hier stehen habe, damit sich das eben nicht beißt. Was ich jedoch behalte, sind winzige Andenken, die als Hinweis dienen sollen, wie zum Beispiel das Pappschild, auf dem steht, von der Leichtigkeit des Seins, welches du auf dem Podcast-Cover sehen kannst. Dann gibt es noch ein extra Tischchen, wie so einen kleinen Altar, auf dem liegt eine kleine, wunderschöne Muschel von meinem letzten Strandspaziergang auf Kurfu, eine Klangschale aus Indien steht da drauf, ein besonders schöner Stein aus der Schweiz, ein Buddha, den ich geschenkt bekommen habe, aus der Zeit, in der ich noch in Bayern gewohnt habe und so weiter und so weiter. Vielleicht werde ich von diesem Tisch demnächst mal so ein Foto auf Instagram posten. Mein Tipp auf jeden Fall an dieser Stelle, gönn diesen Symbolen, die du sicherlich auch in deiner Wohnung hast, etwas mehr Aufmerksamkeit bei der Raumgestaltung. Was du tun kannst in deiner Wohnung, ist zum einen eben dafür zu sorgen, dass sie nicht vollgestopft ist. Das hat auch damit zu tun, dass wenn du einen Raum betrittst, versuch dein Geist sich zu orientieren und zwar ziemlich schnell. Er will das einfach schon mal grob alles abchecken, was sich darin befindet und ob es gefährlich wird oder nicht. Das Erste, was dein Auge quasi weiterleitet, ist nicht, was alles in dem Zimmer ist, sondern ist dieses Zimmer übersichtlich oder nicht. und befindet sich sehr viel darin, dann ist es in der Regel vom Gefühl her nicht so übersichtlich und stresst unbewusst oder befindet sich nicht so viel darin, deswegen ist es auch nicht so stressig, weil wo nicht so viel rumsteht, da können sich auch nicht so viele Tiger verstecken, die vielleicht irgendwo auf dich lauern. Das ist nämlich das, was dein Unterbewusstsein möchte. Es möchte immer wissen, ob irgendwo Gefahrenquellen sind und in Räumen, in denen alles sehr zugestellt ist und in denen sich dein Geist nicht sofort gefühlten Überblick verschaffen kann, wird er halt für das Unterbewusstsein anfangen, sich daran abzuarbeiten, um eben Gefahren und sowas auszuschließen und um diese ganzen Eindrücke, die er dann hat und mit denen er geflutet wird, richtig einzusortieren und zu verarbeiten. Und das wiederum kostet dich schon einiges an Energie, vor allem, wenn du jeden Tag an diesen Ort zurückkommst. Du möchtest ja, dass dein Unterbewusstsein sich auf die Gegenwart oder vielleicht auch ein bisschen auf die Zukunft und vor allem auf die innere Ruhe ausrichtet. schaff Orte und zwar gezielt an den Stellen, auf die du ganz oft guckst. Du hast ja zum Beispiel bestimmt einen Lieblingsstuhl in der Küche, auf dem du immer sitzt und wo du dann eben auch automatisch, wenn du dort sitzt und deinen Kaffee trinkst morgens zum Beispiel, auch auf eine bestimmte Stelle meistens guckst. Und das Gleiche gilt sicherlich für dein Wohnzimmer und für dein Schlafzimmer und so weiter. An diese Stellen, wo du häufig sitzt oder wo du zuletzt hinguckst, bevor du schlafen gehst, wo du zuerst hinguckst, wenn du morgens aufwachst, an diese Stellen gehören eben diese kleinen Erinnerungshilfen und Symbole, die dafür sorgen, dass du dich wohlfühlst und dass du dich eben erinnerst, dass es Menschen gibt, die dich sehr lieb haben oder dass es eben Situationen gegeben hat in deinem Leben, die du prima gemeistert hast oder Symbole für Dinge, die du noch angehen möchtest, für Gefühle, die du mehr haben möchtest, zum Beispiel innere Ruhe, Sanftmut, Glück, Liebe, sich selbst genug sein und so weiter. Und ja, that's it. That's pretty much it. Eine Wohnung, in der dein Geist das Gefühl hat, dass er atmen kann. Eine Wohnung, die wie ein Tempel ist, in den du jeden Tag zurückkehrst. Eine Wohnung, die deine Aufmerksamkeit auf dein Wohlbefinden, deine Ziele und Wünsche lenkt. Das ist eine Wohnung, die dir helfen wird, entweder aus dem Burnout rauszukommen bzw. gar nicht erst ins Burnout zu fallen oder zurückzufallen. Denn du wirst immer, wenn du heimkommst, zu dir selbst erinnert werden an das, was du eigentlich im Leben willst und an die Dinge, die dir wirklich wichtig sind. Zu guter Letzt komme ich jetzt zu meinen sechs Fragen, die du dir stellen kannst, falls du mal so richtig ausmisten möchtest zu Hause und einfach nicht weißt, wie du das angehen sollst. Erstens die Neubewertung der Verbindung. Wenn du einen Gegenstand hast, von dem du nicht sicher bist, ob du ihn aussortieren sollst oder nicht, frag dich, ob du dich wirklich noch genauso verbunden mit diesem Gegenstand fühlst, wie es vielleicht einmal gewesen ist. Kannst du dich heute noch mit ihm identifizieren? Passt dieser Gegenstand denn immer noch so in dein Selbstbild und in deine Selbstwahrnehmung und in deinen Alltag, wie damals, als du ihn dir mitgenommen hast, gekauft hast oder geschenkt bekommen hast oder wie auch immer? Zweitens Funktioniert es noch? Alles, was kaputt ist, solltest du ohne Wenn und Aber aussortieren. Drittens Dinge, die nicht mehr funktionieren, sollten ohne Wenn und Aber entsorgt werden. Dinge, die dir nicht mehr passen, genauso. Erstens verbrauchen sie Platz in deinem Kleiderschrank und zweitens frustrieren sie dich nur. Du siehst sie jedes Mal, wenn du den Schrank aufmachst und erinnerst dich daran, wie lange du da jetzt schon nicht mehr reingepasst hast, egal, ob das so ist, weil du zugenommen hast oder ob das so ist, weil du abgenommen hast und dein Gewicht nicht mehr hochkriegst. Völlig Wurst. Kleidungsstücke, die uns nicht passen, sind psychologisch betrachtet einfach nicht gut im Schrank zu haben. Viertens Aus den Augen, aus dem Sinn. Das ist eine ziemlich einfache Regel. Alles, was ich seit einem halben Jahr oder länger nicht mehr benutzt habe, brauche ich eigentlich nicht wirklich. Also weg damit. Oder Fünftens auch eine Variante. Manchmal ist es ja auch so, dass es Gegenstände gibt, die ich gar nicht so oft benutze, aber wenn ich sie brauche, dann brauche ich sie. Ich bin dazu übergegangen, diese Dinge an Familienangehörige oder Freunde oder Nachbarn weiterzugeben. In den Grill zum Beispiel, also ich grille vielleicht einmal im Jahr oder so und wenn ich diesen Grill dann brauche, dann leihe ich ihn mir einfach wieder aus für einen Abend und gebe ihn danach wieder ab. Das heißt, ich kann ihn benutzen, aber den Rest des Jahres steht er einfach woanders und diese Investition hat sich halt auch ein bisschen mehr gelohnt, weil er eben auch wirklich benutzt wird. Was in Beziehungen eher nicht so gut funktioniert, funktioniert mit Gegenständen eigentlich hervorragend. Wenn ich irgendwas habe, von dem ich mir nicht sicher bin, ob ich es nicht vielleicht doch nochmal brauche und es nicht hergeben will, vielleicht auch, weil ich besonderen emotionalen Bezug dazu habe oder es halt aus welchem Grund auch immer schwer loslassen kann, dann entferne ich es zumindest erst mal aus der Wohnung und bringe es halt entweder in den Keller oder auf den Dachboden oder ich lagere es bei meinen Eltern irgendwo ein. Ja, manchmal hilft es einfach diesen Abstand zu haben. Ich habe sie nicht weggeschmissen, das kann ich nicht, aber ich habe sie zumindest schon mal irgendwo anders hingebracht. Und ich habe das jetzt schon zwei, drei Mal erlebt, dass wenn ich dann so ein halbes Jahr später oder ein Jahr später nochmal in diese Kiste oder in diese Tüte reinschaue, dass ich merke, dass es mir jetzt einfach viel leichter fällt, es tatsächlich wegzuwerfen oder zu verschenken oder wie auch immer. Okay, das waren meine Tipps, wie du Dinge aufräumen und loswerden kannst, auch wenn sie schon ganz lange da sind und wenn es dir manchmal schwerfällt, weil du vielleicht doch eine Verbindung zu diesen Gegenständen hast. Und da ich nicht nur in meiner Wohnung fast alles losgeworden bin, was ich loswerden wollte, sondern als auch in dieser Folge schon an diesem Punkt bin, dass ich fast alles gesagt habe, was ich dir heute erzählen wollte, komme ich jetzt zum Mantra der Woche. Zu Hause möchte mein Geist atmen können. Am Ende habe ich noch einen Link für dich. Maike Winnemuth ist Kolumnistin beim Stern. Um mehr leben und weniger arbeiten zu können, beschloss sie eines Tages, ihre 200-Quadratmeter-Wohnung auszumisten und in eine günstigere, 38-Quadratmeter- große Wohnung zu ziehen. Eine ziemlich krasse Hausnummer, wie ich finde, 38 Quadratmeter ist schon eine Herausforderung. Den Artikel, in dem sie über ihre Erfahrungen berichtet, wie das so gelaufen ist, wie es ihr jetzt geht und ob sie vielleicht sonst noch irgendwas verändert hat in ihrem Leben, habe ich dir im Beschreibungstext dieser Episode verlinkt. Also, nicht nur luftige, freie, unzugestellte Räume tun Körper und Geist gut, sondern auch Bilder, Symbole, Gegenstände, die dich an das erinnern, was wirklich wichtig für dich ist, um gut durch dieses Leben zu kommen und von denen du wünschst, dass sich dein Unterbewusstsein jeden Tag darauf fokussiert. Und natürlich gilt auch hier der Umkehrschluss. Alles, was dich an altes, Vergangenes erinnert, was dein Unterbewusstsein von deinen Wunschzielen ablenkt, gehört in eine Kiste in den Keller oder auf den Müll. Deine Wohnung, deine Besitztümer, deine Entscheidung, deine Freiheit. Wenn dir diese Episode gefallen hat, lass mir gerne ein Like oder noch besser einen Kommentar da, das würde mich echt mega freuen. Und ansonsten wünsche ich dir eine super Zeit in den letzten warmen Tagen des Jahres. Bis in zwei Wochen. Deine Susi Deine Meinung. t Deine Meinung. Deine goodness. A Deine 정도로 B Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018